Auch die Dichte von Flüssigkeiten unterscheidet sich. Diese kann man mittels Waage und Messbecher bestimmen. Da dies aber etwas umständlich ist, kann man ein Areometer verwenden. Im unteren Ende des Areometers befindet sich abgeschlossene Luft und eine Beschwerung meist aus Bleikügelchen. Anhand der Eintauchtiefe des Areometers kann an der Skala die Dichte der Flüssigkeit abgelesen werden. Umso dichter die Flüssigkeit, umso weniger tief taucht das Areometer ein. Die Eintauchtiefe ergibt sich aus der Gewichtskraft des Areometers und der Auftriebskraft, die es durch die Flüssigkeit erfährt. Um zu Hause die Dichte von Flüssigkeiten miteinander zu vergleichen, reichen ein Strohhalm und etwas Knetmasse. Vergleichen wir die Eintauchtiefe des Areometers in Leitungswasser und Salzwasser, so erkennen wir, dass es in Salzwasser weniger tief eintaucht. Damit ist die Dichte von Salzwasser größer als die Dichte von Leitungswasser. Weiters wird erkennbar, dass die Dichte von Öl noch kleiner ist und die Dichte von Sirup um einiges größer als die von Wasser und Salzwasser ist. Wenn wir Wasser und Öl in einen Becher schütten, so schwimmt das Öl auf dem Wasser, da die Dichte von Öl kleiner ist als die Dichte von Wasser. Gibt man noch den Sirup hinzu, so setzt sich dieser aufgrund der hohen Dichte am Boden ab und es ergeben sich drei Schichten mit unterschiedlichen Dichten. Diesen Schichtaufbau kennt man von zwei Komponenten-Mack-Up-Entfernern. Diese haben meist eine Öl- und eine wasserähnliche Schicht. Vor jedem Auftrang des Entferners muss die Flasche geschüttelt werden, damit sich die beiden Schichten für kurze Zeit vermischen. Auch beim Kaffee trinken entdeckt man unterschiedliche Dichten. Bei einem Latte Macchiato erkennt man drei Schichten. Die unterste Schicht bildet die Milch. Sie hat somit die größte Dichte. Kaffee hat eine etwas kleinere Dichte und schwimmt dadurch auf der Milch. Die kleinste Dichte hat der Milchschaum. Dadurch setzt er sich an der Oberfläche ab.